Weil es auch, glaube ich, wirklich wichtig ist, sich da etwas stärker daran zu orientieren, was die Menschen so auch auf ihren Endgeräten machen. Also all in all, würde ich sagen, sind digitale Formate nicht schlecht, um auf bestimmte Bedürfnisse von Lernerinnen und Lernern einzugehen. Ja, hallo, mein Name ist Christian Gürtler und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienkommunikation, Medienethik und Digitale Theologie. Der ist angebunden in den Fachbereich Theologie und ich bin dort auch Promotionsstudent und mache meine Doktorarbeit zum Thema Bildungspotenzialen von Spielen, habe aber als zweiten Forschungsschwerpunkt Social Media im Spannungsfeld Medienethik und auch dort sind unsere beiden VHB-Kurse angesiedelt, die ich betreue, und zwar einmal der Kurs Medienethik Themen und Diskurse und zum anderen der Kurs Ethik der digitalen Kommunikation. Also de facto ist ja der ganze Kurs digital aufbereitet und eben abrufbar auf der Lernplattform StudOn und wir haben verschiedene didaktische Möglichkeiten da umgesetzt im Technischen. Zum einen haben wir beim Einstieg im Medienethikkurs, da wurde eine Person abgelichtet in verschiedenen Positionen, die dann Fragen an die Studierenden oder an die UserInnen stellt und dann kann man da was anklicken und dann ändert sich das Bild. Durch den Kurs durchgeleitet wird man mit so einem kleinen Zug, der so eins die einzelnen Stationen des jeweiligen Kapitels abfährt und links oben sieht man immer die Lernstandkontrolle in Prozent. Klar arbeiten wir klassisch mit Texten, aber eben auch mit Videos, wo bestimmte ProfessorInnen, ExpertInnen zum Thema erklären oder auch Interviews mit Personen führen, also da kann man Videos gucken und die Studierenden können sich immer wieder auf Padlets, kann man immer so ein bisschen zusammenfassen, was man in gewissen Kapiteln gelernt hat oder auch nochmal Fragen stellen und da können die dann auch auf sich, also Bezug nehmen auf die jeweiligen Sachen und es gibt immer so eine Art Lernstandskontrolle in der Mitte von dem Kapitel oder am Ende von dem Kapitel über einen Quiz, also über Fragen und dann wird man das nochmal so durch die Inhalte durchgeleitet. Also im digitalen Lehrformat ist es so, dass vor allem die Asynchronität ganz weit oben steht, also die Kombination oder das Einbinden von so einem Lehrformat in den Alltag, also dass man da deutlich mehr Möglichkeiten hat, das Integrieren in Familie und Beruf, weil man eben nicht jede Woche 90 Minuten irgendwo sein muss. Zum anderen auch die Didaktisierung, also dass da der Kurs fest besteht als Block, da einfach man den durcharbeiten kann in seinem Tempo und dass man da verschiedene Möglichkeiten hat, das für sich zu bearbeiten. Zum anderen aber auch, dass man eben sehr viel alleine mit sich und dem Kurs sich auseinandersetzt, also das kann für manche Menschen ein Nachteil sein, für andere kann es ein Vorteil sein. Also all in all, würde ich sagen, sind digitale Formate nicht schlecht, um auf bestimmte Bedürfnisse von Lernerinnen und Lernern einzugehen. Bei der Online-Durchführung, wir haben immer einen Button Service und Kontakt, wo die Studierenden jederzeit sich an entweder eine Tutorin, also eine Kurstutorin oder einen Tutor wenden können. Das ist sehr, sehr hilfreich gewesen, dass immer eine Tutorin, ein Tutor pro Kurs ansprechbar ist. Da können wir einfach viel organisatorische, technische und inhaltliche Fragen abfangen und die können aber auch weitergeleitet werden an mich, also die Person, die den Kurs dann betreut. Dann haben wir ein paar Wochen nach Semesterstart immer ein Zoom-Meeting angeboten, wo wir dann Fragen gebündelt beantworten können. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Und zuletzt haben wir in dem einen Kurs, im Medienethikkurs, eine Peer-Feedback-Aufgabe, wo die Studierenden eine Aufgabenstellung beantworten müssen, etwas länger auch in schriftlicher Form und die wird dann an anderen Personen zugeteilt und dann gibt man sich Feedback auf die Aufgabe. Wir haben zwei Abgabeformate, zwei verschiedene. Wir haben im Medienethikkurs eine Potterbox-Analyse, die die Studierenden abgeben müssen. Das ist auch eine Art Essay. Und im Ethik der digitalen Kommunikation-Kurs geben die Studierenden ein Portfolio ab. Und wir haben schon länger überlegt, ob wir diese schriftliche Abgabeform ersetzen durch eine Klausur, eine Single- oder Multiple-Choice-Klausur. Aber uns war doch relativ schnell klar, dass gerade im Bereich der Ethik, beziehungsweise bei uns eben in der Medienethik, es einfach wichtig ist, noch schriftlich argumentieren zu können und das auch zu lernen. Deswegen führte bei uns einfach keinen Weg dran vorbei, auch wenn es deutlich mehr Korrekturarbeit ist, oder auch vielleicht für die Studierenden in der Verfassung mehr Arbeit ist, eben so eine Analyseaufgabe am Ende zu stellen, eben in schriftlicher Form. Aber das ist einfach wichtig, weil das ist etwas, was man am Ende von so einem Kurs auch beherrschen sollte. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden. Und es kam auch grundlegend eigentlich ganz gut an, diese Art der Prüfungsform. Und deswegen würden wir die auch beibehalten. Was wir überlegt haben, ist, dass wir in der zweiten Aktualisierung im Ethik der digitalen Kommunikation eine ähnliche Form der Prüfungsleistung wie in dem Medienethik-Kurs anbieten, um uns die Korrektur noch etwas zu erleichtern. Wir haben ohnehin schon ein Bewertungsschema für die Klausuren, also für die Essays, beziehungsweise das Portfolio, sodass wir versuchen, das auch möglichst kriterial dann bewerten zu können. Was bei uns allgemein in den Kursen immer positiv angesprochen wird, ist die gute Begleitung durch die Kurse, also dass man immer eine Ansprechperson hat im Bereich der TutorInnen, aber auch, dass die Verantwortlichen ansprechbar sind, beziehungsweise auch bei technischen Fragen des Illi. Also das wird als positiv auf jeden Fall rekuriert. Dann auch der Aufbau, also dass wir einen schönen stringenten Aufbau, dass man immer abgeholt wird, wo man gerade ist, und es eben diese Zwischenquizes zum Beispiel gibt, oder Zwischenaufgaben gibt, dass man immer seinen Lernstand überprüfen kann. Aber auch eben das allgemeine Layout des Kurses, also dass wir nicht mit einem veralteten Layout arbeiten, was doch auch immer wieder angesprochen wird, dass es Kurse gibt, die etwas mit älteren Methoden noch arbeiten, die auch durchaus ihre Berechtigung haben können. Aber ich fand diesen Punkt mit dem Layout und den Sehensgewohnheiten der Studierenden spannend, weil es auch, glaube ich, wirklich wichtig ist, sich da etwas stärker dran zu orientieren, was die Menschen so auch auf ihren Endgeräten machen. Also gerade, da wir einen Wechsel haben, doch vom Laptop hin zum Tablet oder vor allem zum Smartphone, dass man eben doch schaut, dass die Kurse auch vielleicht auf dem Smartphone laufen, dass die da auch gut aussehen, dass die funktionieren, weil eben sehr viel auf dem Smartphone gemacht wird. Also das ist ja auch im Journalismus, wo der Weg hingeht, dass man gerade sehr viele Dinge vor allem auf das Smartphone optimiert. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Und wenn wir da so ein bisschen uns daran orientieren, wie die Menschen eben Dinge präsentiert bekommen, da kann man ruhig auch mal auf die Layout-Möglichkeiten der sozialen Medien gucken, dass das vielleicht dann einfach gut angenommen wird und also dass da, ja, dass die Annahme da einfach deutlich höher ist, das fand ich am spannendsten. Was ich wirklich spannend fand, als ich die Kurse übernommen habe, war, dass im Vergleich zur analogen Lehre ich einen ganz anderen Blick, also wie so auf einer Meta-Ebene einen Blick bekomme für vor allem didaktische Möglichkeiten, weil ich eben nicht den Inhalt jedes Mal präsentieren muss jede Woche. Da wird ein bisschen Zeit einfach frei während des Semesters, um zu gucken, okay, wo kann man noch ein bisschen schrauben? Also wo kann man noch Kleinigkeiten verändern? Und das erhöht, finde ich, durchaus die Qualität am Ende von so einer Lehrveranstaltung. Dementsprechend, das hat mir sehr gut gefallen, da eben zu optimieren. Auf der anderen Seite als Nachteil ist es natürlich, mir fehlt schon der Austausch mit den Studierenden, auch eben dieses analoge Format des Seminars. Deswegen würde ich am Ende sagen, auch wie das Feedback der Studierenden zurückkommt, am Ende macht in so einem Stundenplan auch von einer Lehrperson die Mischung das Beste, also dass ich sowohl analoge als auch digitale Angebote habe. Das war's, das war's, das war's, das war's.